Das Spiel war einfach verrückt, wenn man so den Anfang sieht, auf dem schweren Platz. Wir sind nicht gut in das Spiel reingekommen, aber dann die rote Karte tat man sehr gut. Zur Halbzeit haben wir dann 1-2 den Ball gewechselt. Er hat das Spiel auch nochmal angekurbelt, viele 1-1-Bälle gesucht. Da hat man auch in der zweiten Halbzeit gesehen, was wir drauf haben. Ich bin umso glücklicher, dass der Trainer mir wieder einmal das Vertrauen gibt, mich reinschmeißt und ihm das Vertrauen noch zurückgebe. Natürlich, den machst du auch nicht jeden Tag so. Glück gehört auch dazu, aber diese Abschlüsse nehme ich mir öfter nach dem Training. Umso glücklicher bin ich, dass es geklappt hat. Danke aber auch dazu, alles Entscheidungsende Frieden. Das takeוצz mal, bevor die Training hat.